Hallo zusammen, Hi Zogge hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Kostbare Steine, ist direkt abzuschließen bei Auraria Stahlstoß in Heilsturz, Unterwandlung an dieser Stelle. Die kann aber auch an anderen Stellen stehen. Aber was müsst ihr erreichen, um diese Quest zu bekommen, um sie abzugeben? Ganz einfach, und zwar hier bei der Navati von Heilsturz, müsst ihr Ruhmstufe 5 erreichen. Erdverkrusteter Edelstein. Wird freigeschaltet und dann hat sie diese Quest für euch und ihr bekommt diesen Stein. Ich hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen, falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal, könnt ihr aber auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!